Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Strange Brigade. Wir befinden uns noch im Hohen Tempel mit Frank Fairburn. Vier von vier, also alle Kanopen haben wir zerstört. Vier Relikte schon gefunden von sechs, drei Schriftstücke von fünf gefunden. Und ich glaube zwei oder drei, bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher, müssen wir gleich mal darauf achten wie viele. Aber zwei oder drei von sechs Katzen haben wir schon erledigt. Und deswegen habe ich ja auch unterbrochen, da das meines Erachtens ungefähr die Hälfte des Levels sein dürfte. Und wir wollten hier weiter lang. Nach Kanopen müssen wir jetzt keine Ausschau mehr halten. Ich weiß gerade nur nicht, wo ich lang gehen soll. Vielleicht doch erstmal hier unten, wobei... Lass die Brücke runter. Nö, dann schauen wir uns doch lieber nochmal hier ein bisschen um. Hier wird wohl noch was sein. Wie zum Beispiel Gold. Und eine kleine Truhe haben wir ja auch... Ach, die haben wir schon geplündert. Stimmt, hier hatten wir ja noch ein Relikt. Das haben wir ja auch schon geholt. Dann müssen wir jetzt echt mal schauen, wie wir die Brücke runterlassen. Können wir die Ketten einfach durchschießen? Ich glaube, so einfach wird es dann doch nicht, oder? Oder so einfach. Fledermäuse, oh blöd, was haben wir da? Hier schon wieder. Na, da rollt noch ein Skorpionsschwanz. Was haben wir hier? Da haben wir noch eine Truhe. Wie schön. Diese Fackeln finde ich sehr auffällig. Ah. Ein kleiner Hinterhalt. Ach, wir müssen hier drauf stehen bleiben. Okay. Okay. Ich unterbreche das aber trotzdem mal. Uiuiuiuiuiui. Wacht mal anders, Leute. Wir dezimieren euch mal ein wenig. Sehr gut und Munition von den netten Herren wiedergeholt. Gibt es hier sonst nichts bei den ganzen Basen gedöhnt hier? No, anscheinend nicht, aber wir können hier wieder raus. Wir haben wieder einen Kristall zum Auslösen. Wie sieht es mit dem Twinshooter aus, da haben wir noch ein bisschen drin. Dann brauchen wir uns keine neue Waffe holen, kostet ja auch wieder Gold. Das Gold investieren wir lieber nachher, um uns neue Waffen zu kaufen und dauerhaft machen. Keine Gegner? Was ist denn los? Abstieg in das Tal! Ach, ihr schon wieder! Beschmeiß doch jemand anderen! Da ist ja keiner da, ne? Wuiiii, mach nen Abflug! Ammo! Ammo! Rrrr, rrrr, rrrr! Mau! 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 Hallo! Let's see what this one's got for us! Okay, das war erst die dritte Katze. Hm, ich hoffe wir haben keine verpasst. Ich war mir wie gesagt nicht sicher, ob wir schon zwei oder drei haben. Oh, Ammonet ist aufgeladen. Hallo! Oh, da irgendwo steht auch noch einer. Hey! So! Könnt das natürlich mit... Ja, jetzt können wir es auch mit Fallen machen. Hier unten ist doch noch was. Da steckt's. Wie schön. Nice. Tantalizing treasure perks of the job. Wieder etwas Gold. Moment, Moment, Moment. Nee, wir kamen her. Können unten lang, können oben lang. Ich will aber auch hier oben mal gucken. Führt wahrscheinlich nachher zum Gleichen. Aber schaut mal, wie auffällig das hier schon wieder ist. Da hätten wir schon fast was übersehen. Das sieht mir stark nach Falle aus. Wir haben auf jeden Fall wieder ein Rätsel. Uh, okay. Wir müssen uns wieder die Grünen merken. die drei hier und die zwei da drüber. Die drei hier und die zwei da drüber. Wie peculiar. Das war mal wieder eine schöne, ein schönes Relikt der Dolch des Seeds und wir haben Fairburn, Teil 1. Und da habe ich nicht schnell genug Ende gedrückt. Ein Relikt, zwei Schriftstücke noch, drei Katzen noch. Wir lesen... Oh, wir haben wieder ein Set vollständig, haben wieder einen Fähigkeitspunkt. Ein Relikt finden wir auch noch, aber damit kriegen wir kein weiteres Set voll. Also Relikte der Erleuchtung haben wir voll, Relikte der Erhaltung haben wir vollständig, Relikte der Natur, Relikte des Schutzes und Relikte des Krieges. Zwei von vier bei Relikte der Heiligkeit und eins von vier bei Relikte der Macht. Aber wir wollen uns jetzt natürlich Fairburn Teil 1 durchlesen. Die besten werden angeheuert. Fairburn, er soll der beste Scharfschütze sein, den wir haben. Ein geborener Killer. Keineswegs ein Gentleman, aber sicherlich der Richtige für gewisse Aufgaben. Das sind wir wohl. Der Mann pausiert und blickte die schlanke Figur vor ihm an. Von der Straße hörte man nur die leisen Schritte des Polizisten, der an der Tür des Gebäudes Wache stand. Aber sie wollen ihn doch sicherlich nicht für ihre verdammte Gruppe rekrutieren. Oh doch. Oh doch, das wollen wir. Und hier bin ich doch auch schon. Bäm. Ja, dann geht's jetzt ja eigentlich nur noch hier unten weiter. Hat mich grad jemand beworfen. Klang grad so, ne? Ja, klar. Aber von wo? Mal gucken, was passiert. Wenn hier steht, ein Puzzle. Ah, okay. Oh, Skeletos. Sterbt. Und das war's schon wieder. Habe ich mir doch gedacht. Habe ich mir doch gedacht. Ich habe euch doch schon... ...umzischen hören. Beide ich mir doch nicht. Wie ich mich jetzt eine Handwerke likt. Ich bin sicher, dann geht's mir doch ganz schwer. Oh, ich bin ja. Ich bin ja sehr, ich bin ja. Schwaner. Ich bin ja sicher, ich bin ja sehr, ich bin ja. Oh, ich bin ja. Und das war's schon. Hey, bedanker. Wo, über uns, oder hier, oder da, da hinten. Vielleicht dürfte unser Amulett wieder voll sein. There it is at last, the entrance to the stone church. The stone church. Watch out, Brigade. We believe the church might be guarded by some kind of large supernatural champion. Be on fullest alert. Oh, jolly good, a nice bit of reading, that's always fun. Nicht so dumm, wie sie aussieht. Nicht so dumm, wie sie aussieht. Das Mädchen ist misstrauisch. Die Kleine ist nicht so dumm, wie sie aussieht. Muss sie im Auge behalten, aber nicht töten. Noch nicht. Ich habe Pläne für sie. Sie hat Pläne für sie. Weiter geht's. Ich gucke nochmal oben, ob wir was verpasst haben, aber ich glaube, da haben wir tatsächlich nichts verpasst. Kanopen haben wir ja schon alle gefunden. Und Katzengeräusch haben wir auch nicht gehört. Das heißt, wir können ja weiter. Irgendwie gefällt mir diese Tunnel hier gerade gar nicht. Ach nein, haben wir ja schon wieder einen Champion. Oh, der ist der gepanzerte Sektekis Champion. Dieser schwertschwingende Krieger will Blut. Ach du Scheiße, der hat ja vorne... Vergiss es! Nicht mit mir! Nette Aktion. Ja. Ärgerin Hemderyn! Aha. Tschaui. Jutzt, ich mach diesen footprint können. Mach ihn! Macher Luke Harper Nee macht es so. Ä Volt Nichts! Oh, du... Jetzt müssen wir da mit unserem Ja Bäm Ich muss halt die ganze Kack da auch noch von hinten machen Aua Das wäre jetzt eine Sache, die zu zweit Definitiv einfacher wäre Autsch Jetzt wird's echt kritisch hier Fuck, da muss ich schneller reagieren Shit, die Waffe ist leer Woah, missed Just what I need Hey Shit Schnellere Waffe wäre von Vorteil Komm, spring mich doch hier an Hey Ja, das hab ich mir gedacht Muss man das so ein bisschen austricksen Sehr gut Das klappt ja auch bei ihm Also für einen alleine echten fordernder Kampf Lag hier nicht irgendwo auch noch ein Heilsrang Ein Heiltrank wäre super Obwohl ich könnte mich ja auch so mit Kills wieder heilen Aber ich gehe halt auch gerne auf Nummer sicher Ich habe aber gerade auch ein wenig das Gefühl, dass wir tatsächlich eine Katze verpasst haben Da oben bist du Fehlen noch zwei Wieder so ein Lichtstrahlrätsel Haben wir hier kein Dokument No Auch noch mit Fallen jetzt Hey, der Witzger Nochmal eine Katze Leute, wo? Da Fehlt nur noch eine Wieso können wir das hier nicht aufladen? Ist es vielleicht das, das wir aufladen können? Auch nicht Da haben wir das Okay, dann wollen wir mal schauen Eins an den beiden muss es ja sein Oder sogar das da oben Da hilft noch gucken, wo es hinführt Das sieht schon mal schlecht aus Das sieht richtig aus Jetzt haben wir einmal den Sieht falsch aus Dann haben wir den Sieht auch falsch aus Den da hinten Das sieht richtig aus Oh, wir werden beschossen Jetzt haben wir einmal das hier Scheint nicht richtig zu sein Auch nicht Da muss es doch glaube ich hin Das sieht gut aus Da sollen wir uns drauf stellen Ich will nochmal gucken, ob hier noch irgendwo ein Heilsrang rumliegt Oder noch ein Schriftstück Oder noch was anderes Ah ja, wir haben ja hier die Fallen Hier hinten haben wir zum Beispiel Noch Truhen Sehr schön Mit Gold Und noch mehr Gold Und Fairburn Die kältesten Augen des Reichs Frank Fairburn duckte sich und die Kugeln aus den Gewehren der wütenden Stammesmitglieder sausten ihm um die Ohren Er fluchte wortreich Drei Schüsse hatte er dem alten Teufel verpasst Zwei ins Herz und einen in den Schädel Und trotzdem stand er noch Plötzlich knackte dieser verdammte Technikmist Von dem seine Vorgesetzten unbedingt wollten Dass er ihn mitnahm Eine Stimme erklang Sergeant Fairburn Mein Name ist Lady Imelda Webster Hören Sie mir gut zu, wenn Sie lebendig da rauskommen wollen Ein Heilsrang wäre echt nicht schlecht Na gut, gibt's so nicht Dann müssen wir hier wohl drauf Oh, Scotty beamt uns so Da haben wir auch noch eine Katzentür Dann sind wir ja gleich schon Gleich schon am Ende Wenn ich... Ah, da oben bist du doch Nein! Ich will noch nicht weiter Ah, okay, war nur eine kurze Zwischensequenz Good show so far, Brigade Now to get to the roof And destroy any soulcages there The end is near And so our heroes face the final challenge Go, glorious God Ja, ja, wir wollen hier erstmal alles sammeln Bam Ding, 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 ding Wir sind reich So, da hinten haben wir Ja, noch ein Rätsel Liegt hier noch ein Buch rum? Müsste eigentlich Ich glaub, ein Schriftstück fehlt uns noch Oder? Ein Schriftstück und ein Relikt, das ich hoffentlich hier finde Aber wir müssen ja auch noch das Rätsel hier rumlösen Und mich wundert, dass wir hier kein Schriftstück haben Normalerweise finden wir doch beim Lager immer eins Ich hoffe, es scheitert jetzt... Ah, da! Eigentlich wollte ich Munition aufheben und finde grauenhafte Träume Hab ich auch gar nicht mitbekommen, dass da jetzt was lag Aber okay, so haben wir auch das letzte Schriftstück hier gesammelt Albträume in der Nacht Von ihnen Dass sie ihretwegen kommen, um sie zu töten Unmöglich Sie ist eine Göttin Sie kann nicht sterben Wovor habe ich solche Angst? Das heißt, alle Schriftstücke, alle Kanopen Wir haben die goldene Katze gesammelt Und das letzte Relikt befindet sich wahrscheinlich hinter der Rätseltür Das wir jetzt nur noch irgendwie lösen müssen Wir haben eins Genau das haben wir hier durch das Fenster gesehen Und ich würde mal behaupten, dass das die letzten beiden sind Weil hier rechts ein Rahmen ist Und links offen Wir hätten also die letzten beiden Ich nenne es mal den Schwan Wir müssen aber noch die anderen finden Das haben wir schon entdeckt, Erzähler Wir müssen nur gucken, wo wir die letzten Hinweise dafür finden Wir dürfen nicht auf diese Platze treten Sonst geht es wahrscheinlich weiter Die letzten drei sind der Schwan Und davor haben wir diesen Fisch, sag ich mal Wasser und irgendeinen Kloben Ah, da oben Also Schwan Dieser komische Fisch zweimal Und dann geht es nur mit dem Schwan weiter Schwan Schwan Dieser komische Fisch Ich gucke nochmal Ich habe es schon wieder vergessen Aber kam jetzt viermal der Schwan tatsächlich Die beiden haben wir Nee, Fisch, Schwan Und dann geht es nur noch mit dem Schwan weiter Und hier ist auch das letzte Relikt Also wieder alles gesammelt Jetzt muss ich nur mal schauen Wir haben keine besondere Waffe dabei Es wäre also ratsam Sich hier noch eine für 1000 zu kaufen Die Armbrust finde ich nicht so besonders Wir können ja nochmal gucken Was wir finden Auch wenn es das gerade viel Geld kostet Chill Burster Der ist schon besser Sehr gut Denn jetzt wird es wahrscheinlich Zum finalen Kampf kommen Auf dieser Arena Plattform Die wir von Weitem schon vorhin sehen konnten Ja Wir haben auf jeden Fall Heiltränke Munition Sehe ich da hinten noch Das haben wir vom Vorfeld schon gesehen So Nochmal checken Alles gesammelt Im Hohen Tempel Und Ja Mal schauen Was hier auf uns wartet Steinwächter Riesiger Steinwächter Bewaffnet mit mörderischer Magie Ja schön Uh Was hat der denn Fuck Das wirkt nicht spaßig Geh weg Wie erledigt man Ach da erledigt man ihn An der Brust Oder Jawoll Wo baut er denn jetzt hin ab Feigling Da oben steht er Autsch Ah jetzt kommt noch die Und er tötet quasi seine eigenen Leute Auch nicht schlecht Oh Oh Du übertreibst Du übertreibst ganz schön Mein Freund Wir müssen uns Munition Nochmal holen Weg hier Weg hier Wo Autsch Wollen wir hier mal ein bisschen auf Vielleicht wird es noch Zeit Für einen Heißhack So Neh mal vorsichtshalber einen Kommt mal näher Ah der war schon Zu schnell weg da Weg hier Heißhack aufnehmen Was haben die noch Die Spuckenden Eieieieiei Komm wir haben ihn doch gleich Dann weg mit dir Das sieht doch mal wieder gut aus Natürlich 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 habe ich wieder alles gesammelt Die goldene Katze Die vier Krüge Die sechs Relikte Wir haben ein neues Relikt Set vollständig Und haben insgesamt 15.086 Goldmünzen gelagert Und haben jetzt insgesamt 16.119 Dann gehen wir mal Ja ich glaube weiter Kommen wir direkt zur nächsten Mission Das wollen wir ja noch nicht Oder Kommen erst mal ins Inventar Wir haben gar keine Edelsteine in dieser Mission Jetzt gefunden Ich schau mal Welche Waffe wir uns jetzt Also die sind alle zu teuer Ich glaube die Seitenwaffen Die haben wir jetzt alle gekauft Wir könnten uns noch Die Tompkins M1 holen Für 4.450 Machen wir einfach mal Dass wir nachher auch alle Waffen Freikaufen können Jawohl Wir holen uns jetzt auch mal Ach komm wir Was machen wir sonst mit den Fähigkeitspunkten Wir spielen ja weiter Frank Jetzt schalte ich einfach mal Der Ruf Setekis frei Und haben damit Untote Krieger Bleibe aber beim tödlichen Auge Horus Ich finde das ganz geil Dass wir hier sechs Leute Direkt töten können Und das hat ja auch gerade Beim Steinwächter funktioniert Oder nicht beim Steinwächter gerade Sondern vorhin Bei dem Minotauren Bei dem Champion Also schon recht Ja nützlich Das Amulett So ich gehe In das verfluchte Dorf Natürlich jetzt noch nicht Das machen wir im nächsten Video Wir gehen also zurück in die Lobby Werfen nochmal Einen Blick auf die Übersicht Verfluchtes Dorf Das heißt wir haben jetzt Sind schon der fünften Von sechs, sieben, acht, neun Missionen Das hier sind die DLC Missionen Die werde ich wahrscheinlich auch noch in Angriff nehmen Aber das hier umfasst halt Das Hauptspiel Und ich würde gerne mal Es gab doch irgendwo War das im Hauptmenü? Bei den Extras glaube ich Genau Karrierestatistik Da sollten wir mal Einen Blick drauf werfen Insgesamt habe ich schon 1362 Gegner getötet Davon 536 mit Kopfschüssen Lieblingswaffe Natürlich unsere Westminster 1895 18 alte Türen geöffnet Ich nehme an Das sind diese Rätseltüren 169 Kills mit Fallen Das Amulett haben wir insgesamt 16 mal verwendet Das tödliche Augurus Als Lieblingsamulett Haben 23,5 Meilen zurückgelegt Waren nicht eine Minute Mit geringer Gesundheit Und haben 13 Gesundheitstränke verwendet Und insgesamt Gold insgesamt bei Kampagne Gesammelt 70.319 Das kann unmöglich stimmen Das kann unmöglich stimmen Außer der Bonus Durch die goldene Türe Wird nicht gezählt Naja Wir haben auf jeden Fall Das Level Abgeschlossen Der hohe Tempel Oder wie hieß er Genau Und befinden uns dann im nächsten Video Im verfluchten Dorf Betrübliche Neuigkeiten Strange Brigade Das neue Ziel Das ist ein abgelegenes Bergdorf Das das Pech hat In der Nähe einer uralten Stätte zu liegen Was auch immer sie plant Ihr müsst sie stoppen Das erwartet uns dann im nächsten Video Ich bedanke mich fürs Zuschauen Ich hoffe ihr seid beim nächsten Mal Wieder mit dabei Wünsche euch bis dahin Alles Gute Euer Renne